Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Stalker Call of Pripyat. So, wir stehen wieder hier in der schönen Janow Station vom Havajana. Und ja, haben wir denn was Schönes zum Handeln? Nee, eigentlich nicht wirklich. Gut, wir sind total überladen, weil wir die Kiste geplündert haben. Moment, vergleiche ich mal. Seva-Schutzanzug. So, wir haben den nämlich von Nimble gekauft. Für knapp 30.000 und den gibt es für 25.000. Super, Nimble hat uns beschissen. So ein Arsch. So ein Arschloch, der hat uns voll beschissen. Gut, das gäbe natürlich noch die Möglichkeit. Bis dann, als es dann versucht hat, mich zu manipulieren, habe ich ihm mit meinem Gewehrkorb in den Todesstoß versetzt. Und das war's. Der führt hier selbst Gespräche. Äh, Flint. Schön. Wir müssen ja noch rausfinden. Wir hatten ja letztens eine Mission angenommen. Wie wir... Äh, da der eine Verschwundene... Der die einen ja hintergangen hat. Ähm. Universal Schutzanzug. Hat denn der ein... Ne, der hat keinen Dings. Gut, egal. Ich lege das Zeug mal hier ab. Was denn jetzt? Schutzanzug. Ja. Den nehme ich dann, wenn ich ihn wieder brauche. So, ähm. Ich lade hier mal kurz das Zeug ab. Ach so. Das müssen wir natürlich drin lassen. So. So. Das war, glaube ich, für... Ja, Maximalgewicht. Haben wir denn noch ein Artefakt hier für... Maximalgewicht plus 12? Schön. So, das tauschen wir nämlich jetzt aus. Dann können wir noch mehr Gewicht tragen. Und zwar 12 Kilo mehr. Und das ist nicht wenig. So. Die Munition lasse ich auch mal hier. Das sind die Granaten für den AK-Granatwerfer hier. Könnten wir die eigentlich auch hier lassen? Das ist doch eh gut. Gut, eine nehme ich mit. Was wir mal eine um die Ecke schmeißen müssen. Da haben wir... Zwölf Stück ist doch zu viel. Also wie gesagt, fünf Stück maximal. Aber dann ist auch schon gut. So. Von denen nehme ich einen mit. Einen mit. Einen mit. Und hier können wir auch mal abladen. Hoch drei. So viel brauchen wir nie. Das ist ja alles Gewicht immer. So. Hier maximal 20. Kommen wir doch leicht aus. Und hier 30. Dürfte doch auch leicht reichen. Medikamente. Gut, die wiegen eh nicht viel. Das kann mir relativ egal sein. Und... Ja. Gut, fertig. Dann haben wir wieder ein bisschen abgeladen. So, jetzt quatschen wir mal mit dem. Wir müssen ja mit dem quatschen, weil wir die Chimäre erledigt haben. Den Trapper. So. Gut. Gut, Gonta und ich haben die Chimäre in Zartung getötet. 2000. Danke. Je weniger von diesen Biestern hier in Unwissen treiben, desto besser für uns alle, wenn du dich jetzt noch um das andere Viech kümmern könntest. Ja. Natürlich. Es wurde gerade dunkel, als der Jäger das Biest gesehen hat. Die Chimäre war unterwegs in Richtung Belüftungsanlage. Chimären sind nacktaktive Revierjäger. Deswegen ist sie wahrscheinlich gerade unterwegs in ihr Jagdrevier gewesen. Ich denke, dort solltest du in der Abenddämmerung nach ihr suchen. Andererseits ist sie zu dieser Zeit natürlich aufmerksamer und aktiver. Sei vorsichtig. Weidmannsheil. Bis dann. Und wieder einen Erfolg, Freund der Stalker. Ja, die nächste Chimäre. Und... Abend, das ist doch gerade... Es ist doch 12 Uhr mittags. Es ist doch nicht abends. So, wo wir die Chimäre finden, weiß ich natürlich. Das ist also nicht das Problem. Gut, hier reparieren wir mal kurz durch. Kann nicht schaden. So, das müssen wir nicht reparieren. Gut. Dann sieht sie. Dann, 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 dann. Quatsch mal mal mit dem Kollegen hier. Flint, sag mir, wie du deinen Controller getötet hast. Hör aufmerksam zu und lerne, mein Freund. Ich war unterwegs zu meinem Versteck, um eine Beute zu holen. Als ich dort angekommen bin, habe ich gesehen, wie sich ein Controller oben auf dem Versteck gemütlich gemacht hat. Also habe ich mir ein herumliegendes Metallgitter geschnappt und mich damit abgeschirmt, während ich mich langsam dem Controller genähert habe. Bis er kapiert hat, was hier eigentlich los ist, hat er schon ein halbes Magazin in seinem Schädel gehabt. Gerade als er versuchen wollte, mich zu manipulieren, habe ich mit meinem Gewehrkolben ausgeholt und in den Todesstoß versetzt. Das war's. Bis dann. Ah, das ist nämlich der eine Typ, der die anderen Typen verraten hat. So, Wano, ich stelle einen Trupp zusammen und breche nach Prübert auf. Gut. Wir brauchen einen Schutzanzug mit geschlossenen Atemkreislauf. Hm. Wano, Geld für einen Schutzanzug geben. Ja. Gibst du mir Geld oder was? So. Mann, das ist echt scheiße. Mein Schutzanzug ist damit ausgestattet. Man kann damit seinen Kopf in einen Ofen stecken und trotzdem normal atmen, aber ich habe ihn an Havajala verpfändet. Wenn wir ihn doch nur irgendwie zurückkriegen könnten. Ich bin pleite und wir brauchen fünf Riesen. Ja, fünf Riesen. So, ich schließe mich an, egal wo ich nur will. Auf zu Zulu. Natürlich, wir sollten unterwegs Havajan einen Besuch abstatten, meinen Schutzanzug zurückzukaufen und ich kann heute nicht lesen. Das ist furchtbar. Was gibt's? So. Gut, Wano zu Zulu bringen. Jemand, der unseren ganzen Proviant schleppen kann. Gut, ähm, wir haben noch nicht genug, Leute. So, wo finden wir noch Kämpfer? Fragt die Leute bei der Jupiteranlage. Bei der Jupiteranlage? Da ist doch gar niemand. Hm. Ja, egal. So, jetzt. Ach, jetzt müssen wir wieder runterlaufen, den Turm. Gut, also wir hätten unseren ersten Begleiter für die Tunnel-Durchschreitung hätten wir schon mal. Das ist schön. Ähm, steck doch mal die Waffe weg. Sonst dürfen wir hier nicht rein. So, wer bist du denn? Homeboy. Hat ein geiler Name. Ähm, wer bist du? Gorilla? Nein. Gut, sie ist los. Du wirst uns doch sicher helfen. Onkel Cha, kommst du mit nach Pripyat? Nee, wenn ich jünger wäre. Ich weiß noch, wie ich immer nach Sibirien und zurückgewandert bin. Aber mittlerweile versuche ich, meine Ausflüge etwas Götter zu halten. Ich schätze, ich werde langsam alt. Gut, du willst auch nicht. Ich höre mal. Schau mal mal, ob wir hier noch einen finden. Komm rein, Ma. So, gibst du mir einen Trupp, der mit nach Pripyat geht? Wenn ich jemanden übrig hätte, wäre das kein Problem. Leider ist das nicht der Fall. Tut mir leid, wir haben hier genug um die Ohren. Ach, Arsch. Pass auf dich auf. Hey, Stalker. Wie geht's? Der nicht. Der nicht. Der vermutlich auch nicht. Ach, das ist der Homeboy wieder. Hey, wie sieht es mit euch eigentlich aus? Ich habe euch doch schon mal geholfen. Hallo, Herr Profi. Torwa, komm mit mir nach Pripyat. Ich bin nur hierher gekommen, um eine Kameradengesellschaft zu leisten. Deswegen bleibe ich hier bei Ihnen. Bis dann. Kommt ein Kamerad vielleicht mit? So, komm mit mir nach Pripyat. Ich bleibe besser fürs Erste hier. Ach, Mann. Snack. Ach, der will auch nicht mitkommen. Lampe. Meister Lampe. Auch nicht. Harsch. Auch nicht. Mann. Du. Haufen zerbrochener. Was? Ach. Ciao. Gut. Dir habe ich doch viele Leute gebracht. Was führt dich hierher? Ich habe einen Abstecher nach Pripyat zu machen. Würdest du mir dafür ein paar deiner Kämpfer geben? Wir haben schon zu wenig Leute. Sprich mit Strider. Der sieht so aus, als würde er sich bei den Wächtern nicht wirklich wohlfühlen. Vielleicht kommt er ja mit dir besser klar. Okay. Wer ist denn? Strider. Okay, das war's. Viel Glück noch. Strider. So. Ich stelle einen Trupp zusammen und breche da nach Pripyat auf. Willst du nur dich uns anschließen? Ja, ich komme mit. Ich will unbedingt wissen, was mit uns passiert ist. Hoffentlich finde ich in Pripyat die Antwort auf diese Frage. Ich muss nur Schulger Bescheid sagen, aber ich denke nicht, dass er was dagegen hat. So. Und du brauchst einen Schutzanzug. Kein Problem. Ich habe noch meine Monolithpanzerung. Und die ist genau damit ausgestattet. Das Problem ist nur, dass ich damit nicht in der Januf-Station blicken lassen sollte. Auf zu Zulu. Okay, ich hoffe, er schießt nicht, wenn er meine alte Panzerung sieht. Wir müssen sie unterwegs noch holen, um die Panzerung zurückzubringen, die ich gerade trage. Gehen wir. Was gibt's? Na, na, hallo Herr Zulu. So, wow, eine Monolithpanzerung. Wo zum Teufel hast du die denn her? Das war Teil der NS-Sets. Darf ich vorstellen, Strider, ein ehemaliger Monolithkämpfer. Ich wusste gar nicht, dass es ehemalige Monolithkämpfer gibt. Naja, wir werden sehen, aus welchem Holz er geschnitzt ist, wenn es richtig losgeht. So. Bis dann. Wir haben noch immer nicht genug Leute. Wir sollten uns noch ein paar besorgen. Falls wir jetzt noch niemand finden. Gut, das heißt, wir haben schon mal drei Leute. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, wir hätten natürlich mit einem auch schon gehen können, aber... Ich erinnere noch mal. Schwierigkeitsgrad. Ich laufe mal kurz zu Dingens da drüben, zur Bahnstation. Da haben wir ja auch noch unser kleines Versteck. Und dann sicher wieder was zum Plündern. Äh, ja, Hundis. Jede Menge. Gibt's hier. Ja. Da mache ich mich doch lieber aus dem Staub. Und geh mal hier kurz... ...ne Runde tauchen. So, Lampe. So, mach mal auf hier. Was haben wir denn hier noch alles Schönes drin? Da haben wir eigentlich noch vieles gutes Zeug drin. Vor allem Medikamente und so und Zeug. Das ist schon mal nicht schlecht. Gut, brauchen wir jetzt gerade nicht. Aber gut zu wissen. Ja, ich wusste gar nicht mehr, was wir hier unten haben. Boah, hey. Da wird hierher geschossen. So, die Frage ist jetzt natürlich noch immer, wen könnten wir noch rekrutieren für unseren Kampf. Wen hätten wir noch? Jagd bei der Chimäre. Sie müssen sie nachts töten. Ja, das werden wir als nächstes auch machen. Ähm. Wir könnten mal zum Wissenschaftsbunker gehen. Das könnten wir mal tun. Das wäre eine Möglichkeit. Und... Flugabwehrkomplex. Da waren wir doch auch noch gar nicht drinnen. Da schauen wir auch mal rein. Aber das würde ich sagen, machen wir nächste Folge. Und wir machen uns jetzt einfach mal auf den Weg. Das wird ja sowieso wieder ein längerer Spaziergang. Also, machen wir uns einfach auf den Weg. Da sind wir glücklich. Lalalala. Lalalala. Ah, wenigstens regnet es mal nicht. Das ist doch schon mal... ...gut. So, was ist das da unten? Zumbie? Ne, befreundete Stalker. Das ist gut. So was sieht man gerne. Lalalala. Obwohl, wir könnten da oben beim Banditenlager mal vorbeischauen. Vielleicht wissen die ja auch noch den einen oder anderen Kämpfer. Ach, und zum Dings geht es da entlang. Gut, ich mache hier erstmal wieder einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also Leute, bis denne.